Hallo, ich bin Jufo SupportNet. Heute möchte ich Ihnen erklären, was eigentlich genau ein Betriebssystem ist. Nun, ein Betriebssystem ist im Grunde genommen die absolute Basissoftware auf jedem Computer. Sie stelle Grundfunktionen bereit, damit andere Programme, wie zum Beispiel Word, ihr Internetbrowser oder anderes, nahtlos funktionieren können. Sie ist für Ihr Schiff sozusagen der Chef-Ingenieur im Maschinenraum. Ohne Ihnen würde nichts funktionieren, da könnten von der Brücke noch so viele Gefäde kommen, keiner würde sie verstehen oder ausführen. Auf PCs ist beispielsweise Windows 7 ein Betriebssystem. Alternativen sind etwa macOS, X oder Linux. Auf Tablets und Smartphones kommen andere Systeme zum Einsatz, wie beispielsweise Android oder iOS. Ein wichtiger Sicherheitsüberweis noch. Halten Sie Ihr Betriebssystem stets aktuell. Damit sind Sie einigermaßen geschützt schon mal vor Viren, Malware, Schädlingen und Hackern. Damit wissen wir jetzt im Grunde genommen, was ein Betriebssystem ist. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Jufo von SupportNet.